Das wurde alles schon herausgefunden, dass der Mensch vor allem mit diesen schon mehrfachen 11 Wellen zu tun hat, sie folgt selbst produziert. Denn Menschen manipuliert man erst mit diesen tiefen, diesen 11 Wellen, diese X-Pain-Long-Frequenzen. Und wir selber produzieren unsere eigenen 11 Wellen und das ist dieses Thema mit dem Gedanken respektive dem daraus aufgebauten Emotionen. Das Doppelspalt-Experiment, das möchte ich insofern da beliebt machen, dass man da diese Interferenz entdeckt hat. Interferenz heißt, dass man Musik mit derselben Musik zu schweigen bringen kann. Indem einfach das Aufgenommen und Phasen, leicht Phasenverschoben, wieder gesendet wird, dann zerstört man die einen Musikquellen mit den anderen Musikquellen. Dann können wir nichts mehr. Gleichzeitig beim gleichen Übereinanderlegen versteht man sich. Das machen sie ja schon, wenn ich in Deutschland habe, ich umkaufe. Ja, 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 genau. Ja, 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 es gibt verschiedene Dinge. Also, wir sehen, was da gibt. Nächste Bild, der nächste Sprung, das ist ganz ein wichtiges Logisches. Biologische Zeug, die Energien, haben eine andere Qualität als umgeblich. Und wir erzeugen biologische Energien. Die steckt bei, wie wir mal. Das ist ein wichtiges Thema. In 1983, in diesem Katastrophenjahr, hat man dieses Thema veröffentlicht, dass man mit Pinnen Emotionen auslösen kann, was chemisch mit Pinnen möglich ist, logischweise auch elektrisch möglich. Jetzt komme ich zu Versuchenden an Arktis. Ich lasse einfach ein bisschen die Bilder laufen. Da hat man verschiedene Bilder jetzt gemacht, dass sich da große Eisberge und dergleichen gelöst haben. Wegen der Klimaerwärmung, hat man gesagt. Wie ist das möglich, dass wegen nur dem Erwärmen eine ganze Eisplatte explodiert, wie es hier der Fall gewesen war, oder wie auch behauptet wurde, dass solche Eisplatten, und diese Eisplatte ist 11.000 Quadratkilometer groß, dass diese einfach abbrechen, wegen der Wärme. Was passiert mit Eis in der Wärme? Es schmilzt. Bricht nicht einfach, denn diese Platte kann nur dann abbrechen, wenn entsprechend tief das Wasser wäre. Und das sind viele Meter. Hier kommt ein ganz anderes Spielzeug, was ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Das ist vom Racer, das lassen wir. Ein anderes Spielzeugchen. Oh, sorry. Man kennt ja Tricks, dass man mit Mikrowellen protestierende Menschen in die Schranken weist kann. Mit Mikrowellen kann man nämlich die Flüssigkeit nachweist. Das ist ein Mikrowellengerät. Man beachtet diese kleinen Menschen, und die Dimension da drin steckt, das ist auf das Meer geführt worden. So sah es aus, und die kleinen Menschen erkennt man die Dimension. Und dasselbe Prinzip gibt es so im Armeeformat, um die Leute zur Ruhe zu zwingen. Und als dieses Schiff draußen war, haben diese Versuche gemacht, bitte beachtet diese Wolkenformationen, die da draußen standen sind. Seht ihr das? Diese symmetrischen Wolkenbilder da, und da drüben. Wenn wir das Wetter, die Wetteranmanipulation betrachten, muss man sich zum Beispiel fragen, warum hat Wilma damals dieser Orkan einen rechten Winkel gemacht? Niemand kann das erklären. Warum hat sich, übrigens eben da draußen, ist die Stärkste gewesen, ungefähr Stärke 5, und als da die Kathrin nach New Orleans kam, hat sie jetzt nur noch zwei oder drei Stärken. Was aber noch viel interessanter war, das war die dritte, die Ritter da unten, denn dank dieser Ritter hat man nicht nur für die Wirtschaft Arbeit erzeugen können, sondern es war die erste und größte Evakuation, die jemals gemacht wurde. Also man hat eine ganze Stadt evakuiert und die Polizei, respektive Armee, ging dann kontrollieren. Wie ist das möglich, dass ein Hurrikan, also ein Meerüberwind in der Stadt entsteht, wie hier damals in Mitte von Córdoba in Argentinien? Dieser Wirksturm kreistet durch die Stadt. Das stellen sich schon tatsächlich einige interessante Fragen. Und diese Bilder sind insofern interessant, eben, dass man damit die Wirtschaft fördern kann. Denn die Frage muss ja gestellt sein, Moment, wenn die Amerikaner tatsächlich das Wetter manipulieren können, warum bitte zerstören Sie ihr Zuhause? Ohne diese Katastrophen wäre die Wirtschaft noch viel weiter unten. Und Thema hart, rechtlicher Klimawandel, ist immer noch der Streit, ob Dreithauseffekt oder Eiszeit. Und dieses habe ich jetzt deshalb eingebrennt, weil es schon 1872 herausgefunden wurde, dass es eine Technik gibt, dass man Telefone über den Boden, durch den Boden, senden kann mit guter Qualität. Warum komme ich darauf? In unserer lieben Schweiz gibt es ein kleines Ländchen, ein Stück Boden, das gehört den Amerikanern. Das ist das da, in Leuk. Das ist eine amerikanische Station. Und mit HAARP hat man eben herausgefunden, dass man die sogenannten elf Wellen durch Gestein senden kann. Und zwar komplett durch die Erdengelung. Denn man muss sich wirklich fragen, wie kommt es, dass man in einem solchen tiefen Tal, in diesem Loch, so viele Antäten hinstellt, wenn es nicht mehr was kann. Könnte es sein, dass solche Details bekannt sind und dass man aus diesem Grund dieses Thema da so in die Wege gereitet hat, dass alles verschredet wird, was das Thema CIA betrifft. Könnte es auch sein, dass da auch noch was anderes rausgekommen wäre, nämlich, dass der CIA und der CERN in Genf sehr eng miteinander arbeiten. Hier nur zwei kurze Zitaten, das will zeigen, was man schon längst entdeckt hat, wie die Ozonschicht über feindlichem Gebiet zerstört werden kann. Oder darunter Zielsetzung war die Suche nach Methoden, Erdbeben auszulösen. Also das sind alles das alte Kaffee, in dem Sinn, hier, das ist das Neuschwabenland in der Antarktis. Ein 600.000 Quadratkilometer großes Gebiet, das nach wie vor fällt, Damen und Herren, dem Deutschen Reich geültet. Und hier hat man im Jahr 57 über dieses Gebiet drei Atomwunden gezündet. Man wollte da bestimmte Leute versorgen, aber es hat nicht ganz geklappt. Also, ich improvisiere jetzt ein bisschen ab diesen Ding. Was haben wir? Der Ernst, Michael Wolk, hat da verschiedene Sachen ebenfalls in seinem Buch erwähnt, nämlich, zum Beispiel, dass man schon verschiedene wissenschaftliche Behauptungen wie die Einsteine oder die FD-Servie widerlegt hat, aber gleichzeitig heißt es spürt eine kleine Rolle, es wird trotzdem offiziell so anwiesen werden. Da ist ein anderes Thema, wo einmal gesagt wurde, man sollte ein spezielles Wetter los, das hier ging, so in Kuba. Das war die Adenauer-Stiftung, die das behandelt hatte, man soll das Wetter da ein bisschen loslassen, um die Leute um die Knie zu zwingen. Da steht übrigens in dieser Zeitung eine sehr interessante Zeitschrift, die ich empfehle, denn die haben sehr gut vor, und jetzt die Details. Krieg mit Erdbeben und Wirbelstürme, diese Tatsachen werden von Militärs der USA in ihr Überleben einbezogen, schon 1952. Die Atombombe ist bis heute das bedeutendste Mittel zur Vernichtung des Lebens, heißt es. Und gleichzeitig die Einflussnahme auf das Wetter könnte das bedeutendste Instrument zur Vernichtung der Mittel zum Leben sein. Also, kommen wir zum Lösen, also, ich gehe eigentlich, Also, wir können beobachten, bewusst erkennen, gute Fragen stellen, wie die Bücher lesen, vernetzt denken, hat Daniel hat schon gesagt, eignet, seine Wissenerweiterung, links im Internet gesuchtet, und zum Beispiel diesen Vortrag mehrere Mal lesen. hier sind wir wie mitten in CERN, mit dem angeblichen Urknau, der gemacht werden sollte. Wer hat, bitteschön, das ganze Projekt abgestellt? Ja, das ganze Projekt gibt es, die wir in CERN, 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 Vielen Dank.